Da sitzt die Frisur. So, halt. So, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute steht was ganz Besonderes an und schaut euch das mal an. Was ein geiles Wetter. Bei uns wird heute der Fasswein abgeholt. Ihr seht es hinter mir. Da sind noch ganz schön viele Transporttanks belegt. Der Jens macht da im Hintergrund noch ein bisschen was sauber. Und ja, da nehmen wir euch jetzt heute ein bisschen was mit. Wir müssen noch ein bisschen was vorbereiten, bis dann später der Zankzug kommt. Bis zum nächsten Mal. So, die Pumpe ist jetzt startklar, um noch den letzten Wein dann schon mal hochzuholen, der dann als Fasswein gleich weggeht. Und ja, dann schauen wir mal, wie weit denn der Tank dazu ist. So, dann. Jens, wie weit bist du? Ja, hallo zusammen. Also, ich habe jetzt den Tank sauber gemacht. Wir tun heute ein bisschen Fasswein verkaufen, aber ist nicht so viel. Ja, nur ein bisschen. Ja. Ja, der wird heute abgeholt. Die hatten kurzfristig angerufen, ob wir das noch schnell, ob sie das noch schnell verladen können. Und das machen wir jetzt noch schnell. Genau. Okay. Bereiten wir jetzt mal noch weiter vor. Jawohl. Guckt ein bisschen zu. Da sitzt die Frisur. So. Gut. So. Wir haben jetzt soweit alles fertig gerichtet. Ich gucke schon wieder dauernd auf den Bildschirm. Ich muss mich schon darauf gewöhnen, dass der Bildschirm da neben der Kamera ist. Die haben wir noch nicht so lange. So. Also, wir haben jetzt alles gerichtet zum Abholen. Hier. Wie man so schön sieht. Jawohl. Da stehen sie in Reihe und Glied. In Reihe und Glied. Bereit zur Abholung. So. Überle, es wackeln ein bisschen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Pumpe richten und die Schläuche. Und dann warten wir drauf, dass dann der Tankzug kommt. Genau. Dann wird das einfach in den Tankzug geladen, gepumpt. Und dann, ja. Ja. Geht's. Auf die Reise. Auf die Reise. Weit weg in die weite Welt. Genau. So. Mal unsere lange Leitung verlegen. Ja. Keine Ahnung. Wie lange ist der Hof ungefähr? Bad Schweder? Ah, nicht ganz. Da war er. Wobei, nach dem Reis ist, glaube ich, bis zum Scheierdörr. Ja. Ist also schon ein Stück. Heute ist es echt warm, eh. Also, ich habe mir sogar sogar die Mütze schon abgeziehen. Mal das hier noch ausziehen. Es ist... Bäh. Nicht bäh. Es ist schön. Ja, es ist... Es ist... Es ist warm. Mensch, es ist schön. Es wird Frühling. Es ist warm. Es schwirr ist doch furchtbar. Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Okay. An der Alkoholmesse... Alkohol in Gramm prozent und dicht. Schick. Jetzt zieht sich das Wasser rein zum Entwarm-Up-Machen. Mhm. Und dann zieht sich temperiert zum Kalibrier. Okay. Ja. Dann wird es genullt mit dem Wasserhändler. Sozusagen. Genauigkeit 0,1. Mhm. Und dann wird es genullt mit dem Wasserhändler. So. Einmal putzen. Ja. Es ist immer wichtig, das gleich auszuschwenken. Sonst klebt es so extrem an und es ist nichts. Wenn du mal mit dem Wasserhändler so aufgehört ist. Wenn du mal mit dem Wasserhändler soätigest. Wenn du mal mit der Wasserhändler natürlich schätzt hast, dann macht es so richtig. Und dann wird es so relativ schnell anderes. Bis zum nächsten Mal. Dann wird es so relativ schnell. Sollen wir jetzt mal. Sollen wir uns einfach mal. Sollen wir uns wiederer. Und dann bist du mal. Sollen wir mal. Und dann bist du mal. Und dann bist du mal. So, das war jetzt unser Video, wie wir unseren Weinen verladen. Genau, der LKW ist ja gerade weggefahren, ihr habt es gesehen und wir machen jetzt dann noch ein bisschen sauber und dann ist auch bei uns Feierabend. Ich hoffe oder wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ja, macht mal einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Oder wenn ihr dann noch was wissen wollt und ansonsten nicht vergessen, teilt es mit euren Freunden, lasst die Glocke klingeln und abonniert unseren Kanal. Genau. Also dann, wir wünschen einen schönen Abend. Bleibt gesund. Tschüss. 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 Man sollte doch besser die langen Schleuchten nehmen.